Heute reden wir mal über das Thema Free Lunch. Das bedeutet, man kann irgendwo eine hohe Rendite abgreifen, ohne Risiko oder nur mit ganz wenig Risiko, weil es die anderen noch nicht entdeckt haben. Kann sowas sein? Außerdem schaue ich mir einen konkreten Anbieter an, der genau so etwas verspricht und bewerte, was dahinter steckt. Also bleibt dran und investiert in Wissen. Wir wollen uns mal das Thema Free Lunch etwas genauer anschauen und dazu ist es sehr, sehr hilfreich, dass der Professor Wals hier einen aktuellen Artikel geschrieben hat, wo er anscheinend sein Mittagessen fotografiert hat, aber damit eigentlich uns erklären will, was denn Free Lunch an der Börse bedeutet. Ich verlinke euch natürlich diesen sehr wertvollen Artikel unten in der Videobeschreibung, aber wir schauen mal hier und da rein, was er da so schreibt. Zum Beispiel hier, wenn es ums Thema geht, simple Anlegerweisheiten, also ganz einfache Regeln. Da steht zum Beispiel drin, investiere nur in Anlagen, die du verstehst. Keine höheren Renditen ohne höheres Risiko. Auch eine feste Regel. Verstehe die Risiken, die du eingehst und prüfe, ob du eine angemessene Risikoprämie dafür erhältst. Das ist schon mal bei vielen Anlageformen relativ schwer auch wirklich zu beurteilen. Und dann, was so schön klingt, um wahr zu sein, das ist auch meist nicht wahr. Aber es gibt nichts umsonst, Thema Free Lunch, umsonst ist nicht mal der Tod. Und dann nochmal als Hintergrund Free Lunch, wo kommt es eigentlich her? Ja, da wurden früher eben in den USA ja kostenlose Mittagessen angeboten und die waren so stark versalzen, dass die Leute unbedingt was trinken mussten dazu. Und da hat man eben das Geschäft gemacht, ja, hier das Free Lunch, das war zwar free, aber es hat eben auch weitere Kosten dann ausgelöst, indem man eben dann noch was trinken musste. Da hat man entsprechend dann halt über die Getränke verdient. Also auch eine ganz klare Verkaufsstrategie und am Ende, unterm Strich, war es eben dann doch kein Free Lunch. Und hier noch der Hinweis, dass der Wirtschafts-Nobelpreisträger Eugene Farmer schon im Jahre 1970 festgestellt hat, Übergewinne bei Geldanlagen sind nicht gratis. Wenn es einen Übergewinn gibt, also einen höheren Gewinn als der Markt hergab, hat man an irgendeiner Stelle ein höheres Risiko auch in Kauf genommen und dieses höhere Risiko kann sich dann eben auch in höheren Verlusten in Zukunft mal auswirken. Und das kann zum Beispiel sein, höhere Risiken oder versteckte Kosten und andere Nachteile oder dass die versprochenen Übergewinne später nicht eintreten, sondern sogar schlechtere Ergebnisse und damit eine Underperformance eben diese höhere Renditeerwartung letztendlich dann untergräbt. In einem Satz kann man diese Aussage zusammenfassen mit On efficient markets there is no free lunch. Auf effizienten Märkten wird es keinen free lunch irgendetwas kostenlos geben. Man bezahlt es entweder durch höhere Kosten oder durch ein höheres Risiko. Aber die Hoffnung ist eben groß, dass man eben doch vielleicht sowas findet und viele Anleger sind dementsprechend auch auf der Suche und dementsprechend wird es auch immer Anbieter geben, die genau diesen Wünschen auch zumindest scheinbar entsprechen können. Pharma sagt, es gibt auch informationsineffizientere Märkte und es ist auch durchaus möglich, dass an diesen Märkten es Kursübertreibungen oder auch Kursuntertreibungen geben kann. Er schreibt weiterhin, dass es keine dauerhaften Muster geben wird, an deren man die Entwicklung von Fehlbewertungen, also Über- oder Untertreibungen, für die Zukunft voraussagen kann. Also mit anderen Worten sagt er, kaum haben wir die Spielregeln verstanden, so werden diese geändert. Und das ist ein ganz wichtiger Satz für das Beispiel, das ich euch gleich zeigen will, wo ganz konkret eben Anbieter mehr oder weniger das eben verspricht. Und jetzt wird es mal so langsam Zeit, dass wir uns mal diesen konkreten Anbieter anschauen. Aber ich möchte eins im Vorfeld sagen, dass ich jetzt hier niemanden anprangern will. Das ist ein Anbieter, der steht stellvertretend für dieses Versprechen, dass es eben da einen Freelunch geben könnte. Und es gibt auch andere, es gibt viele andere. Ich wurde auf den jetzt schon mehrfach mal hingewiesen, hier und da, und habe mir dann eben auch mal die Mühe gemacht, da mal genauer hinzuschauen. Aber wie gesagt, ist es nur ein exemplarisches Beispiel für dieses Phänomen. Schreibt mir auch gern eure Meinung, gerne unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch Erfahrungen gemacht mit dem Anbieter oder seid anderer Meinung. Also gerne in die Kommentare. Ich lese jeden einzelnen Kommentar. Und schon sind wir auf der Seite von Investui, dem Anbieter, den ich euch mal jetzt repräsentativ zeigen möchte. Und ich würde auch mal sagen, wir lesen mal direkt hier oben, was da in diesem kleinen Feld steht. Vergangene Ergebnisse und Resultate aus Backtests garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Schon mal ein wichtiger Hinweis. Und gerade Backtests sind echt irgendwie gefährlich, weil ich kann in rückblickender Weise ja alles Mögliche irgendwie darstellen. Aber es ist eben definitiv nichts, was für die Zukunft dann noch gelten muss. Jeder Anleger sollte sorgfältig und womöglich, jetzt kommt es, mit Hilfe externer Beratung, jetzt meinen die wahrscheinlich mich, prüfen, ob dieser Service für ihn geeignet ist. Alle Investitionen bergen ein hohes Risiko. Es gibt keine Garantie auf Gewinne. Lassen wir das erstmal ein bisschen sacken. So, und jetzt gehen wir mal etwas runter in der Seite und schauen mal, um was es hier eigentlich geht. Also es geht hier um Markteffekte und Strategien und recht übersichtlich sind hier auch diese vier Strategien gezeigt, die man jetzt eben anscheinend gefunden hat und die so ein bisschen Free Lunch repräsentieren für mich. Wir lesen mal durch. Tuesday Turnaround ist die Strategie Nummer 1. Da steht drin, der Dienstag ist statistisch gesehen der stärkste Markttag. Negative Ereignisse werden oft am Dienstag vom Markt verdaut. Viele große Investoren setzen Strategien ein, um vom Dienstagseffekt zu profitieren. Der Dienstagseffekt. Tja, das ist sowas, wo man eben jetzt sagen könnte, okay, wenn das tatsächlich so wäre. Alles klar, wir nutzen genau diesen Effekt einfach in Zukunft aus. Der zweite Effekt, den man da gefunden hat, der nennt sich Friday Gold Rush. Aus verschiedenen Gründen zeigt der Goldpreis ein kalendarisches Muster. Da haben wir wieder ein Muster. Dieses Muster tritt fast jede Woche auf. Mehrere bekannte Investoren, welche, nutzen diese Muster zu ihrem Vorteil. Also das ist auch wieder dann irgendwo was, wo man eben sagen kann, da kommt irgendwas planbar. Kommen wir zum S&P 500 Monatsende-Effekt. Und da ist zu lesen, dass der Monatsende-Effekt in vielen wissenschaftlichen Arbeiten diskutiert wird. Okay, das kann durchaus sein. Alle stimmen darin überein, dass die Aktien am meisten in den ersten und letzten Tagen des Monats steigen. Warum hat mir das noch keiner gesagt? Dann kaufen wir doch einfach die Aktien immer nur am Anfang, verkaufen sie in der Mitte und kaufen sie dann wieder zum Ende hin zurück. Also auch das ist, klingt ja auch schon irgendwie etwas unglaubwürdig, ist definitiv ein Muster, das man so nicht zu ernst nehmen sollte. Die vierte Strategie nennt sich Pound Shorter und bezieht sich offenbar auf den US-Dollar. Da steht drin, der US-Dollar tendiert dazu, in der ersten Hälfte des Dienstags stärker zu sein als das britische Pfund. Dieses weniger bekannte Kalendermuster wird von der Strategie genutzt, um jede Woche von der vorübergehenden Stärke des Dollar zu profitieren. Also auch da wieder offensichtlich, also zumindest wird es so dargestellt, ein Free Lunch. So, ich habe den Anbieter natürlich auch kontaktiert und habe ihm die Fragen gestellt, die mir sofort in den Sinn gekommen sind. Und eine Frage davon ist, die von Ihnen erkannten Muster haben in der Vergangenheit offenbar funktioniert. Aber warum sollten Sie es auch in Zukunft tun? Die Antwort, die ich bekommen habe, lassen Sie mich die Gegenfrage stellen. Warum nicht? Wenn Muster seit Jahrzehnten bestehen, warum sollen sie nun nicht mehr funktionieren? Nun ja, weil es eben effiziente Märkte sind und weil es keine verlässlichen Muster sind, meine Meinung, das wäre eigentlich so ähnlich, als würde ich einfach mal schauen, welche Lottozahlen sind in der Vergangenheit gezogen worden. Da habe ich ja auch eine große Anzahl von Ziehungen und kann daraus ableiten, welche sechs Zahlen am öftesten gezogen worden sind. Übrigens gibt es dafür tatsächlich eine frei zugängliche Statistik, ja auch hier ein ganz klarer Freelunch für euch, die zehn häufigsten Zahlen im 6 aus 49 Lotto, 6, 32, 49, 26, 38, 33 und so weiter. Hier stehen sie, frei zugänglich, also viel Glück beim nächsten Lottospielen. Ist natürlich kein Freelunch, denn es sind keine verlässlichen Statistiken, wo ihr systematisch nutzen könntet. Ja, ich schreibe dann sogar noch weiter eine Frage, glauben Sie an ineffiziente Märkte? Es heißt doch, there is no Freelunch. Bezweifeln Sie diese Aussage? Offenbar, denn sie suggerieren mit ihrem Angebot, dass es gratis Futter gibt. Meine Frage. Jetzt kommt die Antwort. Für uns ist das keine Glaubensfrage. Wir sehen täglich Anomalien, da nicht alle Akteure immer effizient handeln und handeln können. Einfach auch ein paar Stichworte dazu. LTCM, Libor-Skandal, Enron, Trump-Wahl, Brexit, Immobilienkrise, Covid, Wola, 2000er-Hype, Logistik-Hype, Medienhype, Blockchain-Hype, Kerwil, Madoff, VW, Kursgrabriol und so weiter. Da bin ich der Meinung, reden wir jetzt aneinander vorbei, weil ich rede ja nicht von Übertreibungen an Märkten, also Über- oder Untertreibungen, sondern ich rede von effizienten Märkten und da kann man eben nicht verlässlich und systematisch, ich komme immer wieder auf diese Aussage zurück, diese Muster ausnutzen für sich, um einen Renditevorteil zu generieren. Jetzt schreiben Sie noch weiter. Nehmen Sie zum Beispiel den Monatsendeffekt. Ein Grund, warum er funktioniert, sind Sparpläne, die ausgeführt werden. Dieses Geld muss angelegt werden. Also die Aussage ist, aufgrund dieser Sparpläne, die immer zum bestimmten Zeitpunkt, also die werden ja nicht alle zum Monatsende oder so ausgelöst, sondern teilweise ja auch Monatsmitte oder es gibt verschiedene Ausführungszeitpunkte, daraus schließen die eben jetzt ein verlässliches Muster für die Zukunft. Wie gesagt, auf dem effizienten Markt dürfte es das nicht geben. Ob der Fondsmanager das zu dieser Zeitpunkt für gut oder schlecht hält, ist egal. Es ist regulatorisch verpflichtet, diese Beiträge zu investieren. Ja genau, das ist ja auch im Prinzip der Sinn und das Wesen eines Sparplans, dass er eben wirklich jeden Monat zum gleichen Zeitpunkt ausgeführt wird, egal was an den Märkten passiert, was ja auch langfristig eher ein Vorteil ist. Ja und am Ende schreiben Sie dann noch, wir glauben nicht, dass es Gratisfutter gibt. Das Konzept von Investui wurde in vielen tausend Stunden ausgearbeitet. Es wurden hunderte und tausende von Ideen verworfen. Also das sind auch wieder reine Aussagen, muss ich jetzt einfach mal so hinnehmen. Es wird auf eine Infrastruktur zugegriffen, die über Jahrzehnte aufgebaut wurde und wie Sie den Daten entnehmen können, geht es auch mit einer gewissen Portion an Risiko einher. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr positiv, dass Sie da auch mal schreiben, es ist natürlich auch ein Risiko da und langfristig kann es gut sein, dass dieses erhöhte Risiko dazu führt, dass eben dieser Renditevorteil, den man gewissermaßen auch mal generiert hat eine Zeit lang, wieder zurückgedreht wird und das Ganze wieder zurück auf Null springt. Was er auch wissen müsst, ist, dass er bei Investui hier ein Konto bekommt und zwar ein Futures oder ein CFD Forex Konto und das sind eben auch Konten, mit denen man sehr spekulative Geschäfte machen kann. Was wir zu den Kosten sagen können, das sehen wir zum Beispiel jetzt auch hier, es gibt also keine Abonnementgebühren, es gibt auch keine Managementgebühren, es gibt aber eine zweiprozentige Signalgebühr, das heißt, wenn es da eben jetzt zu Gewinnen kommt, dann müsst ihr von den Gewinnen zwei Prozent an Investui abgeben, das ist ein klassisches OPM-System, Other People's Money, das heißt, die verdienen letztendlich mit eurem Geld dann Geld, ja, und ihr trägt aber dann in dem Fall aber auch das komplette Risiko, wird aber auch hier gesagt an einigen Stellen, also dass es da auch ein Risiko gibt, es wird aber auch auf der anderen Seite eben so ein bisschen mit diesen Regeln da gearbeitet, wo man eben glauben könnte, dass diese Regeln doch wirklich in Stein gemeißelt sind. Was mir auch auffällt, das sind jetzt hier beispielsweise die Konditionen, wenn man Marketingpartner wird von Investui, das sieht man jetzt zum Beispiel hier, dass es pro Vermittlung eines Kunden ganze 600 Euro gibt, also offenbar auch egal, wie viel der Kunde da anlegt, 600 Euro pauschal ist schon ein hoher Anreiz, also man könnte auch sagen, ein Interessenskonflikt, dass man euch vielleicht da etwas die Risiken vielleicht verschleiert, also von diesem möglicherweise dem Marketingpartner, weil er eben da relativ gute Provisionen kassieren kann, also Vorsicht. Und auf der Seite über uns lesen wir da noch, in der Vergangenheit war ein von erfahrenen Tradern verwaltetes Tradingportfolio für die meisten Privatanleger nicht zugänglich. Investui hat mit einer einfachen, transparenten und kosteneffizienten Lösung die Tür für alle Privatanleger geöffnet. Zum guten Schluss kann ich sagen, das Thema Freelunch beschäftigt sehr, sehr viele. Das Thema Freelunch verkauft auch sehr, sehr gut YouTube-Filme, verkauft gut Magazine, verkauft gut Bücher, verkauft gut irgendwelche Seminare oder Coachings. Am Ende könnt ihr euch den Stress aber auch einfach ersparen. Nehmt doch einfach die Marktrendite mit, ihr spart damit viel Nerven und viel Zeit. Zeit, die ihr auf diesem Kanal hier verbringen könnt, also abonniert den Kanal, liked auch gerne das Video und denkt dran, mir noch Kommentare reinzuschreiben, wie ihr die ganze Sache seht. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald, investiert in Wissen. Bis zum nächsten Mal.